Hallo, ich bin Li und heute lesen wir eines der schönsten Weihnachtsmärchen von Charles Dickens. Möchtest du auch die Hörbücher auf meinem zweiten Kanal nicht verpassen? Dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und hol dir auch dort ein Gratis-Abo. Viertes Kapitel Der letzte der drei Geister Die Erscheinung schwebte langsam, feierlich und schweigend auf ihn zu. Als sie sich ihm nahte, fiel Scrooge auf die Knie, denn selbst die Luft, durch die sich der Geist bewegte, schien geheimnisvolles Grauen zu erwecken. Die Erscheinung war in einen schwarzen, weiten Mantel gehüllt, durch den nichts von ihr sichtbar wurde als seine ausgestreckte Hand. Wäre diese nicht gewesen, so würde es schwergefallen sein, die Gestalt von der Nacht zu trennen, die sie umwob. Als sie neben ihm stand, spürte er, dass sie groß und mächtig war. Und dass ihr geheimnisvolles Dasein ihn mit Furcht, die ans Gefühl des Erhabenen grenzte, erfüllte. Er erkannte nicht mehr, denn der Geist sprach und rührte sich nicht. »Habe ich vor mir den Geist der künftigen Weihnachten?«, fragte Scrooge. Der Geist antwortete nicht, sondern deutete mit der Hand auf die Erde. »Du willst mir die Schatten der Dinge datun, die noch nicht erfolgt sind«, fuhr Scrooge fort. »Willst du das, Geist?« Die Spitze der verhüllten Erscheinung legte sich für einen Augenblick in Falten, als ob der Geist sein Haupt neigte. Das war die einzige Antwort, die Scrooge empfing. Obwohl er doch ziemlich an gespenstische Gesellschaft gewöhnt war, graute Scrooge doch vor der stummen Erscheinung so sehr, dass seine Knie wankten und er kaum mehr zu stehen vermochte, als er sich anschickte, ihr zu folgen. Der Geist hielt für einen Augenblick an, als bemerkte er seine Furcht und wollte ihm Zeit lassen, sich zu beruhigen. Aber Scrooge erging es dadurch noch schlechter. Ein leeres, unbestimmtes Grausen durchzitterte ihn bei dem Gedanken, dass sich hinter diesem schwarzen Schleier gespenstische Augen fest auf ihn hefteten, während er, wie wohl er seine Augen heftig anstrengte, doch nichts sehen konnte als eine gespenstische Hand und einen großen, dunklen, faltigen Mantel. »Geist der Zukunft«, rief er, »ich fürchte dich mehr als die Erscheinungen, die ich schon wahrgenommen habe. Aber weil ich weiß, dass es Absicht ist, mir Gutes zu tun und da ich hoffe, weiterzuleben, um ein anderer Mensch zu werden, als ich es früher war, bin ich bereit, dich zu begleiten. Und ich tue das mit dankbarem Sinn. »Willst du nicht mit mir reden?« Die Gestalt antwortete ihm nicht. Die Hand wies gerade in die Ferne vor ihn. »Führe mich«, rief Scrooge. »Führe mich, die Nacht geht schnell dahin und die Zeit ist kostbar für mich. Führe mich, Geist!« Die Erscheinung bewegte sich von ihm fort, ebenso wie sie auf ihn zugekommen war. Scrooge folgte dem Schatten ihres Gewandes, der, wie es ihm dünkte, ihn emporhob und davontrug. Es war kaum so, als ob sie in das Stadtzentrum von sich aus hinein gelangten. Denn das Stadtzentrum schien eher rund um sie in die Höhe zu schießen und sie zu umzingeln. Aber sie waren doch im Herzen desselben, auf der Börse unter den Kaufleuten, die hin und her eilten, mit dem Geld in ihren Taschen klapperten, in Gruppen miteinander sprachen, nach der Uhr blickten und gedankenvoll mit den großen goldenen Uhrenhängern spielten, wie Scrooge dies oft bemerkt hatte. Der Geist blieb bei einer Schar von Kaufleuten stehen. Scrooge sah, dass die Hand der Erscheinung dahin wies. Und so näherte er sich ihnen, um ihr Gespräch mit anzuhören. Nein, sagte ein großer, korpulenter Herr mit einem mächtigen Unterkinn. Ich kann nicht viel darüber sagen. Ich weiß nur, dass er tot ist. Wann starb er denn? fragte ein anderer. Oh, vorige Nacht, wenn ich recht unterrichtet bin. Nun, wie geht das zu? fragte ein Dritter und nahm eine gewaltige Prise aus einer sehr großen Dose. Ich dachte, er würde nie sterben. Weiß Gott, wie es kam, sagte der Erste gähnt. Was hat er denn mit seinem Gelde begonnen? fragte ein Herr mit einem roten Gesicht und mit einem Gewächs auf der Nasenspitze, das hin und her wackelte wie der Lappen eines Hahns. Ich habe darüber nichts vernommen, sagte der Mann mit dem großen Unterkinn, abermals gähnend. Er hat es wahrscheinlich seiner Sippschaft hinterlassen. Mir hat er es nicht vermacht. So viel weiß ich. Dieser geistreiche Scherz wurde mit allgemeinem Gelächter aufgenommen. Es wird wohl ein sehr billiges Begräbnis werden, fuhr derselbe Unterhalter fort. Denn so war ich lebe, ich kenne niemanden, der folgen sollte. Wenn wir nun zusammentreten und freiwillig folgten? Ich bin dabei, wenn für einen Lunch gesorgt wird, bemerkte der Herr mit dem Gewächs auf der Nasenspitze. Aber ich muss wohl bewirtet werden, wenn ich dabei sein soll. Ein erneutes Gelächter Nun, da bin ich doch wohl der uneigennützigste von euch, sagte der erste Redende wieder. Denn ich trage nie schwarze Handschuhe und esse keinen Lunch. Aber ich gehe mit, wenn sich noch andere finden. Wenn ich mir es recht überlege, war ich am Ende sein nächster Freund, wenn wir uns auf der Straße trafen. Guten Morgen, guten Morgen. Die Redenden und Zuhörenden trennten sich und mischten sich unter andere Gruppen. Scrooge kannte die Leute und blickte den Geist fragend an. Der Geist schwebte weiter die Straße entlang. Seine Hand wies auf zwei sich treffende Personen. Scrooge hörte wieder zu, hoffend, dass er hier die Erklärung vernehmen werde. Auch diese beiden kannte er genau. Es waren Kaufleute, sehr reich und von großem Ansehen. Er war immer bemüht gewesen, sich ihrer Achtung zu versichern. Das heißt, in Geschäftssachen, bloß in Geschäftssachen. Wie geht es? fragte der eine. Wie geht es Ihnen? fragte der andere. Gut, sagte der erste. Der alte Geizhals ist endlich tot. Wissen Sie es schon? Ich hörte es, erwiderte der zweite. Es ist kalt, nicht wahr? Wie sich das zu Weihnachten gebührt. Sie sind wohl kein Schlittschuhläufer? Nein, nein, ich habe an andere Dinge zu denken. Guten Morgen. Kein Wort weiter. So begegneten sie sich, so schieben sie. In Scrooge regte sich erst erstaunen, weil der Geist auf anscheinend so unbedeutende Gespräche wehrzulegen schien. Aber sein Gefühl sagte ihm, dass sie eine geheime Bedeutung haben müssten. Und er grübelte darüber nach, was diese wohl sein möge. Sie konnten nicht auf den Tod Jacobs, seines alten Kompagnons, Bezug haben, denn dieser gehörte in die Vergangenheit, und sein Führer war der Geist der Zukunft. Auch konnte er sich niemand von seinen näheren Bekannten denken, auf den er sich hätte beziehen können. Aber in der Gewissheit, dass, auf wen sie sich auch beziehen möchten, doch darin für ihn eine wichtige Mahnung liege, beschloss er jedes Wort, das er vernahm, und jede Szene, die er schaute, getreulich in seinem Herzen zu behalten und namentlich seinen Schatten zu beobachten, wenn er erschien. Denn er erwartete von dem Benehmen seines Künftigen selbst, die fehlende Aufklärung und die Lösung der Rätsel, die ihm jetzt so schwierig vorkam. Schon auf der Börse sah er sich nach seinem Ich um. Aber ein anderer stand an seiner gewohnten Stelle, und obgleich die Uhr die Stunde angab, in der er sich gewöhnlich dort befand, erblickte er sich doch auch nicht unter dem Publikum, das sich durch den Eingang herdrängte. Dies überraschte ihn in dessen wenig. Er hatte schon lange die Absicht, sein Geschäft aufzugeben und glaubte und hoffte, in diesen zu sehen, wie sein Plan in der Zukunft verwirklicht sei. Dunkel und bewegungslos ragte neben ihm das Gespenst mit seiner ausgestreckten Hand. Als er wieder in seiner nachdenklichen Haltung die Augen erhob, glaubte er der Richtung der Hand nach, dass die unsichtbaren Augen sich starr auf ihn richteten. Bei diesem Gedanken befiel ihn ein kalter Schauer. Sie verließen das Geschäftsviertel und eilten nach einem abgelegenen Teil der Stadt, wo Scrooge nie vorher gewesen war, dessen Lage und schlechter Ruf ihm aber bekannt waren. Die Straßen waren schmutzig, schmal und krumm, die Läden und Häuser ärmlich, die Menschen verlumpt, betrunken, barfuß, hässlich. Gässchen und Torwege strömten wie ebenso viele Kloaken Übelkeit erregende Dünste, Schmutz und Menschen in den Straßen. Und das ganze Viertel schien erfüllt von Verbrechen, von Verkommenheit und Elend. In einem der tiefsten Winkel dieser Heimat der Sünde und Schande war ein niedriger, dunkler Laden unter einem Wetterdach, wo Eisen, Lampen, Flaschen, Knochen und schmutzige Abfälle jeder Sorte verkauft wurden. Auf dem Fußboden innerhalb lagen ein Haufen verrosteter Schlüssel, Nägel, Ketten, Türangeln, Pfeilen, Geschäftswagen, Gewichte und altes Eisen in buntem Durcheinander. Geheimnisse, nach deren Lüftung wenige verlangen würden, wurden hier erzeugt und verborgen in Bergen widriger Lumpen, massenranzigen Fettes und ganzen Beinhäusern von Knochen. Mitten unter den Waren, womit er handelte, saß neben einem aus alten Ziegeln zusammengesetzten Kamin ein grauhaariger, fast siebzig Jahre alter Spitzbube, der sich vor der Kälte draußen durch einen faltigen Vorhang aus allerlei Lumpen, die auf einer Leine gehängt waren, geschützt hatte und seine Pfeife im ausgiebigen Behagen rauchte. Scrooge und die Erscheinung gesellten sich zu diesem Mann, gerade als seine Frau mit einem schweren Bündel in die Trödel leischlich. Aber sie war kaum eingetreten, als seine zweite Frau auch mit einem Bündel erfolgte. Auf diese wieder kam dicht ein Mann hinterdrein, in einem alten, abgetragenen, schwarzen Anzug. Dieser Mann fuhr bei ihrem Anblick nicht weniger zusammen, als sie voreinander erschrocken waren. Nach einigen Augenblicken schweigenden Stauns, an dem auch der Alte mit der Pfeife beteiligt war, brachen sie alle drei in ein lautes Gelächter aus. Nun sage einer, die Leichenwäscherin würde die Erste sein, sagte die zuerst Eingetretene. Sage einer, die Wärterin würde die Zweite sein und nenne jemand des Leichenbesorgers Gehilfen als den Dritten. Sieh mal, alter Joe, wie sich das trifft, wie wir uns nicht alle drei hier begegnet sind, ohne dass wir die Absicht hatten. Ihr hättet euch an keinem besseren Platz begegnen können, sagte der Alte Joe, die Pfeife aus dem Munde nehmend. Kommt in die gute Stube, ihr habt schon lange das Recht der Niederlassung dort, das wisst ihr. Und die beiden anderen sind auch keine Unbekannten. Wartet, bis ich die Ladentür geschlossen habe. Ach, wie sie knarrt! Ich glaube, es gibt kein so rostiges Stück Eisen im ganzen Laden, wie die Türangeln. Und ich weiß, es kippt keine so alten Knochen hier wie meine. Wir passen alle zu unserem Geschäft. Kommt in die gute Stube! Die gute Stube war der Raum hinter dem Lumpenvorhang. Der Alte scharrte das Feuer mit einem alten Jalousiestabe, rückte den Docht seiner rauchigen Lampe mit dem Stiel seiner Pfeife empor und steckte diese wieder in den Mund. Indessen er damit beschäftigt war, warf die zuerst eingetretene Frau ihr Bündel auf den Boden und setzte sich mit koketter Dreistigkeit auf einen Stuhl. Dann legte sie die Hände auf die Knie und blickte die beiden anderen herausfordernd an. Nun, was gibt es hier für einen Unterschied, Miss Stilber? Jeder hat das Recht für sich zu sagen. Er tat dies auch immer. Das ist richtig, sagte die Wärterin. Keiner tat es mir. Nun, warum schaut ihr euch da einander an, als hättet ihr gegenseitig Furcht? Wer ist der Gescheitere? Wir wollen doch einander nicht die Augen aushacken, meine ich. Nein, sicherlich nicht, sagten Miss Stilber und der Mann gleichzeitig. Wir wollen das nicht hoffen. Also schön, riecht die Frau, das genügt. Wem schadet's, wenn wir so ein paar Sachen mitnehmen wie die hier? Einer Leiche gewiss nicht. Nein, gewiss nicht, meinte Miss Stilber lachend. Wenn er sie wie ein alter Geizhals noch nach dem Tode behalten wollte, fuhr die Frau fort, warum benahm er sich bei Lebzeiten nicht besser? Wenn er sich anders aufgeführt hätte, würde jemand um ihn gewesen sein, als er starb, anstatt dass er allein seinen letzten Atem aushauchen musste. Dies ist das wahrste Wort, was je gesprochen worden, versetzte Miss Stilber. Es ist ein Gottesurteil. Ich wollte, es wäre ein bisschen schwerer ausgefallen, sagte die Frau. Und das wäre auch der Fall gewesen, verlasst euch drauf, wenn ich mehr hätte erhaschen können. Mach das Bündel auf, Joe, und sag mir, was es wert ist. Sprich offen, ich fürchte mich nicht die Erste zu sein, noch es die Anderen sehen zu lassen. Wir wussten recht wohl, dass wir Sorge hatten, bevor wir uns hier trafen. Aber es ist keine Sünde, öffne das Bündel, Joe. Aber die Höflichkeit ihrer Freunde wollte das nicht gestatten. Und der Mann mit dem zerschlissenen schwarzen Rock brachte seine Beute zuerst. Es war nicht viel daran. Ein oder zwei Uhrenhängsel, ein silberner Bleistift, ein paar Hemdenknöpfe und eine Schlipsnadel von geringem Wert war alles. Sie wurden von dem alten Joe untersucht und taxiert, worauf er die Summe, die er für jedes bezahlen wollte, an die Wand schrieb und zusammenrechnete, als er sah, dass sie alles hergegeben hatten. Das ist eure Rechnung, sagte Joe, und ich gebe kein Heller mehr, und wenn ich in Stücke gehauen werden sollte. Wer kommt jetzt? Miss Dilber war die Nächste. Sie hatte Bett- und Handtücher, einige Kleidungsstücke, zwei altmodische silberne Teelöffel, eine Zuckerzange und einige Paar Stiefel. Ihre Rechnung wurde auf die gleiche Art an die Wand geschrieben. Dann, ich gebe immer zu viel. Das ist meine Schwäche, und ich richte mich damit zugrunde, sagte der alte Joe. Das ist eure Rechnung. Wenn ihr einen Pfennig mehr haben wolltet, so würde ich es bedauern, derart freigebig gewesen zu sein, und ich müsste eine halbe Krone in Abzug bringen. Und nun öffne mein Bündel, Joe, sagte die Erste. Joe kniete nieder, um bequemer das Bündel öffnen zu können, und nachdem er eine Menge Knoten gelöst hatte, zog er eine große und schwere Rolle dunklen Tuchs hervor. »Was ist das?«, fragte Joe. »Bettgardinen?« »Ja«, rief das Weib lachend und neigte sich vor. »Bettgardinen!« »Ihr wollt doch nicht behaupten, ihr hättet sie abgenommen, während er dort lag«, sagte Joe. »Aber freilich«, sagte das Weib. »Warum denn nicht?« »Ihr seid geboren, euer Glück zu schmieden, und ihr werdet es auch. Ich werde denn doch wirklich meine Hand nicht ruhig einstecken, wenn ich sie nur auszustrecken brauche, um etwas zu bekommen. Und das wegen eines solchen Mannes, wie der war? Nein, wirklich nicht, Joe«, antwortete das Weib ruhig. »Lasst kein Öl auf die Bettdecken fallen.« »Seine Bettdecke?« fragte Joe. »Von wem soll sie denn sonst herrühren?« antwortete das Weib. »Er wird auch ohne dem nicht frieren, meine ich.« »Er starb doch nicht etwa an einer ansteckenden Krankheit«, sagte der alte Joe, seine Beschäftigung unterbrechend und sie ansehend. »Ach, deswegen braucht ihr keine Sorge zu haben,« antwortete die Frau. »Ich hatte ihn nicht so lieb, dass ich dann bei ihm geblieben wäre, bloß wegen solcher Dinge. Ach, ihr könnt euch das Hemd gucken, bis euch eure Augen brennen, ihr findet kein Loch drin und keine dünne Stelle. Es ist das Beste, was er hatte, und sein ist es auch. Sie hätten es verdorben, wenn ich da nicht gewesen wäre.« »Was nennt ihr es Verderben?« fragte der alte Joe. »Nun, ihm das Hemd für das Grab anziehen, was sonst?« versetzte die Frau lachend. »Es war irgendwer närrisch genug, es ihm anzuziehen, aber ich zog es ihm wieder aus. Wenn Cartoon zu so etwas nicht gut genug ist, weiß ich nicht, zu was er sonst ausreichte. »Es kleidet eine Leiche ebenso gut. Er kann nicht hässlicher aussehen, als er darin aussah.« Scrooge hörte das Gespräch voller Grauen an. Als sie da um ihre Diebesbeute in dem kümmerlichen Schein der Lampe des Alten saßen, betrachtete er sie mit einem Ekel und Abscheu, der nicht größer hätte sein können, wenn es abscheuliche Vampire gewesen wären, die um die Leiche selbst handelten. »Kicherte dieselbe Frau, als der alte Joe eine alte, wollene Geldbörse hervorholend jedem den Preis des Raubes auf den Fußboden hinzählte. »Das ist das Ende von der Geschichte. Seht ihr?« Er jagte jeden von sich, solange er lebte, um uns zu nützen, wenn er tot war. »Geist«, sagte Scrooge, von der Sohle bis zum Scheitel bebend. »Ich verstehe dich. Das Los dieses Unglücklichen vermöchte das meine zu sein. Mein Leben geht jetzt auf dieses Ziel zu, »Oh, barmherziger Himmel, was ist das?« Er prallte entsetzt zurück, denn die Szene hatte sich verwandelt, und nun stand er dicht vor einem Bette, einem einsamen, das keine Vorhänge hatte. Und auf diesem Bett lag unter einer groben Decke etwas Verhülltes, das sich, obgleich es stumm war, doch in grausend erregender Sprache vorstellte. Das Zimmer war sehr, sehr finster, zu finster, als dass man etwas genau hätte erkennen können. Trotzdem blickte sich Scrooge einem geheimen Drang gehorchend voll Begier um. Er wollte wissen, was für ein Zimmer es sei. Ein bleiches Licht, das von draußen eindrang, fiel gerade auf das Bett. Und auf diesem ausgeplündert und beraubt, unbewacht und unbeweint, ruhte die Leiche eines Mannes. Scrooge blickte auf die Erscheinung. Ihre regungslose Hand wies auf das Haupt der Leiche. Die Decke war so lieblos darüber geworfen, dass die geringste Verschiebung, die leiseste Berührung durch Scrooges Finger, das Antlitz enthüllt hätte. Er dachte daran, merkte, wie leicht es geschehen könnte und wünschte, es zu tun. Aber er hatte so wenig Macht, die Hülle fortzuziehen, als dem Geist an seiner Seite zu entgehen. Oh, kalter, unbewegter, schrecklicher Tod, baue hier dein Altar auf und umgib ihn mit den Schrecknissen, die du zur Verfügung hast, denn hier ist dein Reich. Aber dem geliebten und verehrten Haupte vermagst du kein Haar zu krümmen, ihm kannst du keine Miene entstellen. Nicht, weil die Hand schwer ist und herniederfällt, wenn man sie gleiten lässt, nicht, weil Herz und Puls verstummt sind, sondern, weil die Hand offen war und warm und gut und der Puls menschlich. Töte, du Schämen, töte, und sieh, wie seine guten Tate aus der Wunde des Toten hervorströmen, um ewiges Leben in der Welt zu offenbaren. Keine Stimme flüsterte solche Worte in Scrooches Ohren. Aber trotzdem vernahm er sie, wenn er auf das Bett starrte. Er dachte, wenn dieser Mann jetzt wieder auferweckt werden könnte, was würde wohl sein erster Gedanke sein? Geiz? Hartherzigkeit? Gedanken der Habgier? Ein schönes Ziel hatten die sie ihm erwirkt. Er war aufgebahrt in dem dunklen, öden Haus und kein Mann, kein Weib oder Kind waren da, die bezeugt hätten, er war gut gegen mich und in jedem und in Gedanken an das eine freundliche Wort will ich bei ihm Totenwache halten. Eine Katze kratzte an der Tür und Ratten nagten und raschelten hinter dem Ofen. Was sie in dem Gemach des Todes suchten und warum sie so unruhig waren, mochte Scrooge sich nicht auszumalen. Geist, sagte er, eine entsetzliche Stätte, wenn ich sie verlasse, werde ich ihren Namen nie vergessen, glaube mir, lasst uns jetzt von hinten eilen. Immer noch wies der Geist mit unbewegtem Finger auf das Haupt der Leiche. Ich verstehe dich, antwortete Scrooge, und ich würde es tun, wenn ich es vermöchte, aber ich finde nicht die Kraft dazu, Geist, ich finde nicht die Kraft dazu. Weder schien der Geist ihn zu durchblicken. Wenn irgendeiner in der Stadt ist, der bei dieses Mannes Tod etwas empfindet, fuhr Scrooge erschüttert fort, so zeige ihn mir, Geist, ich bitte dich darum. Da breitete die Erscheinung ihren dunklen Mantel einen Augenblick vor ihm aus wie ein Flügelpaar, und als sie ihn wieder zusammenschlug, erblickte er ein taghelles Zimmer, in dem eine Mutter mit ihren Kindern hauste. Sie hoffte auf das Kommen von jemandem in angstvoller Erwartung, denn sie ging im Zimmer auf und nieder, fuhr bei jedem Geräusch zusammen, blickte zum Fenster hinaus und sah nach der Uhr. Sie versuchte vergebens zu arbeiten und konnte kaum das Lärm der spielenden Kinder aushalten. Endlich vernahm sie das langersehnte Pochen an der Haustür und begegnete, als sie hinausschauen wollte, ihrem Gatten. Sein Gesicht war traurig und bedrückt, obgleich er noch jung war. Es zeigte einen merkwürdigen Ausdruck, einer Art ernster Freude, deren der Mann sich schämte und die nicht zu zeigen, er sich bemühte. Er setzte sich zur Mahlzeit, die man ihm warm gehalten hatte. Und als die Frau ihn erst nach langem Schweigen fragte, was er für Neuigkeiten habe, schien er keine Antwort zu wissen. Steht es gut oder schlecht? fragte sie, um die Auskunft zu erleichtern. Schlecht, antwortete er. Wir sind ganz ruiniert? Nein, noch ist Hoffnung möglich, Karolina. Wenn er sich erbitten lässt, rief sie erstaunt, dann ist sie noch da. Überall ist noch Hoffnung, wenn ein solches Wunder zu erwarten ist. Es ist zu spät für ihn, Barmherzigkeit zu üben, sagte der Gatte. Er ist tot. Sie war ein sanftes und geduldiges Wesen, wenn ihr Gesicht die Wahrheit sprach. Aber sie war im Inneren dankbar, als sie dies vernahm, und sagte das auch mit gefalteten Händen. Sie bat im nächsten Augenblick allerdings den Himmel, dass er ihr verzeihen möge und bereute es. Aber das erste war die Regung ihres Herzens gewesen. Was mir das halbtrunkene Weib gestern Abend sagte, als ich ihn sprechen und um eine Woche Aufschub bitten wollte, und was ich nur für eine bloße Ausrede hielt, um mich abzufertigen, zeigt sich jetzt als die reine Wahrheit. Er war nur nicht sehr krank, sondern lag schon im Sterben. Auf wen wird unsere Schuld übertragen werden? Ich weiß es nicht, aber bis dahin werden wir das Geld haben. Und selbst wenn es nicht der Fall sein sollte, müsste es ein ganz besonderes Unglück sein, in seinem Erben einen ebenso unbarmherzigen Gläubner zu begegnen. Wir können heute Nacht leichteren Herzens schlafen, Karoline. Ja, sie mochte es zu vertuschen suchen, ihre Seelen waren aber leichter. Die Gesichter der Kinder, die sich still um sie drängten, um zu hören, was sie so wenig verstanden, hältte sich auf. Und das ganze Haus war glücklicher durch dieses Mannes Tod. Das einzige durch dieses Ereignis verursachte Gefühl, das ihm der Geist zu zeigen vermochte, war ein solches der Freude. Lass mich nun auch irgendeine Zärtlichkeit sehen, die mit dem Tode zusammenhängt, Bart Scrooge, oder jener dunkle Raum, den wir soeben verlassen haben, wird mir immer gegenwärtig bleiben. Der Geist führte ihn durch mehrere Straßen, durch die ihr oft gegangen war. Und als sie vorbeischwebten, hoffte Scrooge, sich hier oder da zu schauen, aber nirgends war er zu erblicken. Sie traten in Bob Cratchits Haus, dieselbe Wohnung, die er schon früher besucht hatte, und sie fanden die Mutter und die Kinder um das Feuer sitzen. Still war alles alles sehr still. Die lärmenden kleinen Cratchits saßen stumm wie Statuen in der Ecke und sahen auf Peter, der ein Buch vor sich hatte. Die Mutter und die Töchter waren mit Nähen beschäftigt, aber auch sie waren still, sehr still. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihrer Mitte. Wo hatte Scrooge diese Worte gehört? Der Knabe musste sie gelesen haben, als er und der Geist über die Schwelle schritten. Warum fuhr er nicht fort? Die Mutter legte ihre Hand auf den Tisch und legte die Hand über ihr Antlitz. Die Farbe tut meinen Augen weh, sagte sie. Die Farbe tut meinen Augen weh, sagte sie. Die Farbe? Ach, armer Tiny Tim! Sie sind jetzt wieder besser, sagte Cratchits Frau. Es ist nicht gut, bei Kerzenlicht zu arbeiten und ich möchte den Vater, wenn er heimkommt, nicht sehen lassen, dass ich schwache Augen habe. Er muss bald da sein. Er müsste längst da sein. erwiderte Peter, das Buch zu klappend. Aber ich glaube, er geht jetzt ein wenig langsamer als sonst, Mutter. Sie waren wieder sehr still. Endlich sagte sie mit einer sicheren, heiteren Stimme, die nur ein einziges Mal bebte, Ich bin sicher, dass er mit Tiny Tim auf der Schulter wirklich sehr schnell ging. Und ich auch, rief Peter, oft. Und ich auch, riefen die anderen. Sie wussten es alle ebenso. Aber er war sehr leicht zu tragen, fing sie wieder an, fest auf ihrer Arbeit sehnt. Und der Vater liebte ihn so, dass es ihm keine Mühe machte. Keine Mühe. Aber da ist ja der Vater schon an der Tür. Sie eilte auf ihn zu und Bob mit dem Schal, hatte ihn nötig, der arme Kerl, trat herein. Sein Tee war bereit und sie drängten sich alle herbei, wie er ihn am raschesten bedienen konnte. Dann kletterten die beiden kleinen Cratchits auf seine Knie. Und jedes Kind legte eine kleine Wange an die Seine, als wollten sie sagen, denk nicht so viel daran, Vater, gräme dich nicht. Bob war sehr liebevoll mit ihnen und sprach sehr munter mit der ganzen Familie. Er besah die Arbeit auf dem Tisch und lobte den Fleiß und den Eifer seiner Frau und Töchter. Sie würden lange vor Sonntag fertig sein, sagte er. Sonntag, du warst also heute da, Robert, fragte seine Gattin. Ja, meine Liebe, antwortete Bob, ich wollte, du hättest mitkommen können. Es würde dein Herz erfreut haben, zu sehen, wie grün der Platz ist. Aber du wirst es oft sehen. Ich versprach ihm sonntags hinzugehen. Mein liebes, liebes Kind, weinte Bob. Mein liebes Kind. Er brach auf einmal zusammen. Er konnte sich nicht helfen. Wenn er es gekonnt hätte, so wären er und sein Kind sich nicht so in nicht nahe gewesen. Er verließ das Zimmer und ging die Treppe hinauf in die obere Stube, die hell erleuchtet und weihnachtlich geschmückt war. Ein Stuhl stand dicht neben dem toten Kind und man sah, dass kurz zuvor jemand da gewesen war. Der arme Bob setzte sich nieder und als er ein wenig geträumt und sich wieder zusammengerafft hatte, küsste er das kleine Gesicht. Er war mit dem Schicksal ausgesöhnt und ging wieder hinunter, ganz glücklich. Sie setzten sich um den Kamin und unterhielten sich. Die Mädchen und die Mutter arbeiteten weiter, Bob erzählte ihnen von der außerordentlichen Freundlichkeit von Scrooge's Neffen, den er kaum einmal sonst gesehen habe. Er wäre ihm heute auf der Straße begegnet und da dieser bemerkt, dass er ein wenig niedergeschlagen sei, habe er ihn nach der Ursache seines Kummers gefragt. Worauf, sagte Bob, denn er ist der liebenswürdigste junge Herr, den ich nur kenne, ich es ihm sagte. Ich bedauere Sie herzlich, Mr. Cratchit, erwiderte er, und auch Ihre gute Frau. Übrigens, wieso er das wissen kann, das möchte ich wissen. Was kann er wissen, mein Lieber? Na, dass du eine gute Frau bist, versetzte Bob. Jedermann weiß das, sagte Peter. Sehr gut bemerkt, mein Junge, rief Bob. Ich hoffe, dass es der Fall ist. Herzlich bedauere ich, sagte er, Ihre gute Frau. Wenn ich Ihnen auf irgendeine Art behilflich sein kann, sagte er, indem er mir seine Karte gab, hieraus ersehen Sie, wo ich wohne, kommen Sie zu mir. Nun, sagte Bob, freute ich mich nicht deshalb so sehr, dass er etwas für uns tun könnte, als vielmehr, weil er so teilnehmend war. Es schien wirklich, als hätte er unseren Tiny Tim gekannt und fühlte mit uns. Ich bin sicher, er ist eine gute Seele, sagte Miss Cratchit. Du würdest das noch sicherer glauben, liebe, antwortete Bob, wenn du ihn säst und mit ihm sprechest. Es sollte mich gar nicht wundern, merkt auf, was ich sage, wenn er Peter eine bessere Stelle verschaffte. Nun höre nur Peter, sagte Miss Cratchit. Und dann, rief eines der Mädchen, wird Peter Kompanie mit einer jemanden machen und sein eigenes Nest bauen. Och, sei still, antwortete Peter schmunzelnd. Freilich, das kann schon kommen, sagte Bob, aber bis dahin hat es noch eine gute Weile. Aber wenn wir uns auch irgendeinmal trennen müssten, so bin ich doch überzeugt, dass keiner von uns den armen Tiny Tim oder diese erste Trennung, die uns wieder fuhr, vergessen wird. Nein, niemals, Vater, riefen sie alle. Ich bin sehr glücklich, sagte Bob, sehr glücklich. Miss Cratchit und seine Tochter küssten ihn, und die beiden Kleinen taten ein Gleiches. Peter und er aber gaben sich die Hand. Seele Tiny Tims, du warst ein Geschenk von Gott. Geist, sagte Scrooge, ein unbestimmtes Etwas sagt mir, dass wir bald scheiden müssen. Ich weiß nicht woher, aber ich weiß es, sage mir, wer es war, den wir auf dem Totenlager erblickten. Der Geist der zukünftigen Weihnachten führte ihn wie früher, es schien ihm, dass in den verschiedenen letzten Visionen überhaupt keine bestimmte Zeitfolge war, in die Versammlungen der Geschäftsmänner, aber er sah sich nicht dabei. Der Geist verweilte nirgends, sondern schwebte immer weiter, wie nach der Stätte hin, wo Scrooge die begehrte Lösung des Rätsels finden würde. Bis dieser selbst bat, doch noch einen Augenblick zu verweilen. Ja, dieser Hof, sagte Scrooge, durch den wir jetzt eilen, war einst mein Geschäft und weiß viele Jahre. Ich sehe das Haus, lass mich sehen, was aus mir in den kommenden Tagen sein wird. Der Geist hielt an, aber seine Hand wies anderswohin. Das Haus ist dort, rief Scrooge, warum weisest du anderswohin? Der unerbittliche Finger wies in keine andere Richtung. Scrooge eilte an das Fenster seines Kontors und blickte hinein. Es war noch ein Kontor, aber nicht mehr das Seine. Die Möbel waren andere und die Gestalt auf dem Stuhle war auch eine andere. Der Geist aber zeigte nach derselben Richtung wie früher. Scrooge trat wieder zu ihm und folgte ihm wieder nachdenkend, warum und wohin sie ging, bis sie eine eiserne Gitterpforte erreichten. Er stand still, um sich vor dem Eintreten umzuschauen. Es war ein Kirchhof. Also hier ruhte der Unglückliche, dessen Namen er noch erfahren sollte, unter der Erde. Die Stätte war seiner würdig. Rings von hohen Häusern umgeben, überwachsen von Unkraut, das hier zum Tod, aber nicht zum Leben gedeint wucherte. Vollgepropft von so vielen Leichen, gesättigt von überreichem Genuss. Eine würdige Stätte. Der Geist stand zwischen den Gräbern still und wies auf eines hernieder. Scrooge nahte sich ihm zitternd. Der Geist war noch ganz so wie ehedem, aber erahnte erschauernd eine neue Bedeutung in der düsteren Gestalt. Ehe ich zu dem Stein trete, den du mir weisest, sagte Scrooge, beantworte mir eine Frage. Sind dies die Schatten der Dinge, die sein werden, oder nur von Dingen, die sein können? Beharrlich schweigen deutete der Geist auf das Grab herab, vor dem sie standen. Die Wege des Menschen führen zu einem unvermeidlichen Ziel, wenn man auf ihn beharrt, sagte Scrooge. Aber wenn man einen anderen Weg einschlägt, ändert sich das Ziel. Sage, ist dies auch mit dem der Fall, was du mir zeigen wirst? Der Geist blieb so unbeweglich wie bisher. Scrooge näherte sich zitternd dem Grab und als er der Richtung des Fingers folgte, las er auf dem Stein des öden Grabes seinen eigenen Namen. Ebenezer Scrooge bin bin ich es, der auf jenem Sterbebette lag? rief er und sank in die Knie. Der Finger deutete von dem Grab auf ihn und wieder zurück. Nein, das kann nicht sein, Geist, oh nein! Der Finger verharrte wie vorher. Geist, rief er verzweifelt und packte das Gewand der Erscheinung. Ich will nicht mehr der Mensch, der ich eh dem war. Ich will ein anderer Mensch werden, als ich vor diesen Tagen war. Warum zeigst du mir das, wenn alle Hoffnung umsonst ist? Zum ersten Mal schien jetzt die Hand zu beben. Guter Geist, fuhr fort, noch immer auf den Knien liegend. Dein eigenes Gemüt bittet für mich und hat Mitleid mit mir. Gib mir nur die Gewissheit, dass ich durch ein verändertes Leben die Schatten, die du mir gezeigt hast, ändern kann. Die gütige Hand zitterte stärker. Ich will Weihnachten mit meinem Herzen ehren und versuchen, stets in seinem Sinn zu leben. Ich will in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft leben. Die Geister von allen dreien sollen mir helfen. Ich will mein Herz ihren lehren nicht verschließen. Oh, sage mir, ob ich die Schrift auf diesem Steine noch zu tilgen vermag. In seiner Angst griff er nach der gespenstischen Hand. Sie versuchte, sich von ihm loszumachen, aber er war kräftig in seinem Flehen und hielt sie fest. Der Geist, noch stärker, stieß ihn zurück. Als Scrooge seine Hände zu einem letzten Flehen um Änderung seines Schicksals emporhob, sah er die Erscheinung sich verändern. Das einhüllende Gewand sank zusammen, der riesige Körper verging in Nebel und schwand schließlich zu einem Bettpfosten zusammen. Das war der vierte Teil von Der Weihnachtsabend. Wenn er dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut. sch mit sch mit sch Untertitelung des ZDF, 2020